Hallo, mein Name ist Anna. Ich bin aus Sevilla, im Süden Spaniens und wohne seit einigen Jahren in Berlin. In meiner Heimatstadt habe ich Schauspiel und auch Germanistik studiert. Ich liebe Sprachen und deswegen habe ich auch Deutsch gelernt. Ich kann Englisch fast so gut wie Deutsch und dazu habe ich noch Italienisch gelernt, weil hier in Berlin gibt es so viele Italiener, dann dachte ich mir, okay, ich lerne jetzt mal die Sprache. Und auf Spanisch kann ich sowohl meinen Heimatdialekt aus dem Süden als auch Hochspanisch. Und ich kann ziemlich gut Akzente nachmachen, wie zum Beispiel Mexikanisch oder Argentinisch. Ich bin sehr aktiv und mache viel Sport. Als ich klein war, bin ich viel geschwommen. Jetzt mache ich am Wochenende, spiele ich immer Fußball, da habe ich richtig viel Spaß. Ab und zu gehe ich zum Fitness, ab und zu eine Woche pflege ich zum Kung-Fu-Training zu gehen, weil ich vorbereitet sein möchte für kommende Action-Scenes. Ich verbringe viel Zeit mit Lesen oder Audiobücher und Podcasts. Ich liebe es, neue Sachen zu lernen und ernähre mich quasi davon. Und Schokolade. Und Pizza. So, hier bin ich. Tschüss!